Hallo zusammen, mich ist wieder Heutschela und heute bin ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video von mir, wieder ein Gold-Tagebuch. Es sind wieder zwei Wochen insgesamt vergangen, wir waren wieder fleißig, haben das ein oder andere Item ins Auktionshaus gestellt und wir wollen uns jetzt mal angucken, was wir so investiert haben, beziehungsweise was wir so ein Gold rausgezogen haben an der ganzen Geschichte. Und dazu würde ich sagen, schauen wir mal in meine Tabelle von den letzten Wochen. Wir haben vorletzte Woche, das ist ja jetzt mittlerweile ein zweiwöchiges Format, die 50 Millionen Marke geknackt. Das war ja die Mark, wo ich gesagt habe, okay, ich will erstmal für wieder 50 Millionen Gold machen und ab dann schaue ich mal, dass ich wieder irgendwie mir lustige Sachen kaufe, also wieder so auf Richtung Waste of Money Video aufnehme, wo ich mir dann das eine oder andere teure kaufe. Ich habe mir noch nichts gekauft, wir haben jetzt auch wieder hoffentlich diese Woche ein bisschen was Plus gemacht und ich würde sagen, wir gucken da mal rein. Ich habe mir jetzt schon mal rausgeschrieben, was ich jetzt noch auf dem Account habe. Nach den zwei Wochen habe ich jetzt noch auf beiden Accounts 44 Millionen, also heißt, ich habe so 6 Millionen investiert, so Pi mal Daumen, in verschiedene Items, in ja hauptsächlich Mats, um Legendary Sachen zu craften. Ich habe mir auch ein, zwei kleine Sachen gegönnt, ein paar Pets habe ich mir gekauft, ein bisschen Transmog, aber alles im kleinen Bereich. Lass es vielleicht 200.000, 300.000 gewesen sein, also jetzt nicht die großen Mengen, immer mal wieder, wenn irgendwas günstig war, hier mal 10.000, da mal 15.000, das summiert sich halt. So, aber wir haben keine großen Investitionen getätigt, die halt quasi nichts mit Gold zu tun hatten, was wir verdienen wollten, sondern einfach Gebrauchsgüter haben wir nicht sonderlich viel ausgegeben. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal rein. Und zwar bei meinem Main als allererstes, da verkaufe ich hier die 168er Items. Und ihr seht, Minimum halt für 2,5 abzüglich halt noch dieser Auktionshausgebühr. Viel haben wir jetzt nicht verkauft, ne, 133 Teile ist jetzt relativ wenig, aber wie gesagt, ich habe halt auf meinem Ream leider so ein paar Leute, die das Zeug halt rein dumpen für teilweise unter 1.000 Gold und ja, deswegen habe ich im TSM auch eine Minimum-Marge gesetzt, also Minimum 2,5, auch wenn die anderen günstiger sind, dann sind die Items im Auktionshaus. Und ab und an ist halt in einem Bereich das Zeug aufgekauft, diese günstigen Sachen, die die drin haben. Und dann werden auch meine Sachen gekauft. So verkaufe ich zwar insgesamt nicht viel, aber wenn ich was verkaufe, dann mache ich bei jedem Item 1.000, 2.000 Gold plus. Und das ist schön, das Gold nehme ich mit, aber auf diesen Low-Budget-Preiskampf, da lasse ich mich nicht ein, das bringt nichts. Dann hast du teilweise nur noch wenige 100 Gold gewinnen mit einem Item und dann brauche ich es gar nicht mehr machen. Aber so verkauft sich auch ein bisschen was. Ab und an kriege ich sogar noch ein Item mal für 10k verkauft. Wenn nämlich die Stat-Kombi gar nicht drin ist, dann habe ich da so meinen Maximumpreis auf 10k. Und tatsächlich kaufen das manche Leute, weil sie halt dann genau Crit-Mastery haben wollen und nichts anderes. So, damit haben wir jetzt 357.000 gemacht. Wie gesagt, das ist nicht viel, aber nice to have, würde ich mal behaupten. Und da gucken wir jetzt mal rein, wo das große Gold liegt. Und zwar hier bei meinem Monk. Und der hat ein bisschen mehr drin. Jetzt bin ich gerade überlegen, ich müsste vorher wahrscheinlich noch mal ein bisschen was wegschicken, weil wir bei dem, da das Inventar ein bisschen zu voll ist. Jetzt muss ich bloß mal kurz gucken. Wie viel haben wir auf meinem Twink noch? Ich könnte dem jetzt mal knappe, naja, 5,6 Millionen schicken wir dem mal rüber. Dann habe ich nämlich da zumindest wieder ein bisschen Platz. Äh, bap, 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 hier Tela. Nicht, dass wir es falsch schicken. 5,6 Millionen. Jetzt brauchen wir einige Nullen hier tatsächlich. So, nochmal checken. Müsste der richtige Char sein. So, jetzt haben wir 7 Millionen Platz. Mal gucken, ob wir da ein bisschen was rausnehmen können. Gut, dann sind wir hier wieder knapp am Cap dran. Und, ähm, ja gut, jetzt steht da natürlich ein bisschen Minus. Ich könnte jetzt einfach einmal reloggen. Dann haben wir nämlich die genauen Zahlen und sehen das ein bisschen besser tatsächlich. Ihr seht, ich habe mein Inventar endlich aufgeräumt. Ich habe so ein bisschen viel Anima da immer rumliegen gehabt. Das war sehr ätzend mit dem Reposten, weil ich ja doch von den ganzen Items hier, wie ihr seht, einige im Auktionshaus habe. Und wenn man dann einmal das ganze Zeug wieder aus dem Auktions- oder aus dem Postkasten nimmt, wieder neu reinpostet, das ist einfach ultimativ nervig, wenn man nur 5 Slots hat. Deswegen kann ich es empfehlen, tatsächlich mit Twinks die Sachen zu posten, dass man mit dem Main dann nicht immer den ganzen Mist im Postkasten rumhängen hat. Und wenn man es mit dem Main macht, so wie ich jetzt hier mit dem Jar, dass ich halt einfach so ein bisschen, ähm, ja, dass ich so ein bisschen das Inventar mal aufräume habe. Ich habe meine Bank ein bisschen ausgeleert, da war ein Haufen unnützes Zeug drauf. Unter anderem ein paar Sachen, die auch noch ein bisschen Gold gebracht haben. Und das ist dann immer ganz nett, wenn man da ein bisschen Platz schafft. Dann geht es mit dem Repost noch leichter. Ich mache es jetzt hier bewusst mit dem Main, weil ich mit den anderen Twinks, mit denen ich regelmäßig einlogge, tatsächlich auch Sachen verkaufe. Jetzt mit dem einen Monk, ne, mein Ventir-Jar, da verkaufen wir ja die legendären Teile. Dann habe ich noch meinen, ähm, Jar von den Nightfaden. Mit dem verkaufe ich halt jetzt mittlerweile das ganze, das ganze Transmog und andere Kleinkrimsel-Zeug. Da wollen wir dann halt auch noch rüberloggen. Aber jetzt machen wir als erstes den hier. Der hat jetzt hier insgesamt, ähm, 415 Verkäufe. Und das sind halt alles Legendary-Items, ne, von Kette, Leder, Platte, Stoff, einiges. Wir haben jetzt 3 Millionen Pi mal Daumen drin. Ich hoffe, dass wir das Cap aus dem Briefkasten rausziehen. Aber wir werden sehen, ne. Mal schauen, ob es bis ans Cap geht. Ihr seht schon, viele Sachen sind jetzt halt relativ günstig. Ähm, teilweise verkaufe ich halt auch Rang-1-Sachen, wenn sie im Plus-Bereich sind. Das Blöde ist, das meiste Zeug ist mittlerweile hier, ähm, auf Antonidos im Minus-Bereich. Stoff sowieso, ne. Also 80% von den Stoff-Items, die man herstellen kann, sind alle im Minus-Bereich. Die stelle ich dann schon gar nicht mehr her. Ähm, Platte ist auch ziemlich abgesoffen. Ledergear leider jetzt auch. Das war immer mein, mein Top-Seller, quasi das Lederzeug. Das ist leider auch jetzt gut zurückgegangen. Das Einzige, was nur relativ gut geht, so vom Preisverhältnis, sind die Kettensachen. Das Einzige Problem ist, es gibt halt leider nur zwei Klassen, die Kettengear tragen. Und dementsprechend ist Kette halt so ein bisschen ein Nischen-Market, weil da halt einfach nicht so eine große Nachfrage ist. Da sind die Preise zwar noch relativ gut, ich schätze mal halt auch deswegen, weil Leute eher sagen, ah, in das Kettengear investiere ich jetzt nicht die zig Millionen Gold rein, um die Items hochzuskillen, weil die verkaufen sich halt von der Frequenz nicht so gut, ne. Aber dafür, ähm, sind jetzt die Profite noch ganz gut. Jetzt höre ich ja ab und an im Stream von anderen Leuten auf anderen Servern, die teilweise die Sachen noch für 70, 80, 90K verkauften. Das ist halt der Nachteil, wenn man halt, wie ich, auf einem großen Server ist, sehr, sehr viel Konkurrenz. Und dann ist halt dementsprechend auch ein bisschen blöd, ne, mit Preiskämpfen. Ich hab's ja hier teilweise, dass ich nach ein paar Sekunden schon wieder bei allem unterboten bin. Und ja, ich bin auch nicht mehr, also am Anfang von der Expansion, wo die, wo die Gewinnmargen noch wesentlich höher waren, da war ich ja auch teilweise, äh, mit einem Twink hab ich nichts anderes gemacht, dass ich die ganze Zeit immer Repost wieder reingestellt hab, ne. Das mach ich schon gar nicht mehr. Ich mach das ein paar Mal am Tag, ne. Vor allem am Wochenende hab ich, komm ich immer so ein bisschen, so ein bisschen öfter den Reposts. Aber so unter der Woche, das sind am Abend drei, vier Mal oder so, dass ich reposte. Und das hat sich dann eigentlich. Klar, ich könnte mehr Gold machen, wenn ich's öfter machen würde, aber dann macht man halt auch nicht mehr viel anderes. Das ist so ein bisschen das Problem. So, jetzt haben wir hier einmal schon gecappt, was für mich bedeutet. Ich hab auf jeden Fall zumindest ein bisschen Plus gemacht. Ähm, wir müssen das Gold jetzt auslagern. Und zwar wieder auf einen Zwischenlager-Char. Ich glaub, mein Hunter war der letzte Zwischenlager-Char. Ich hab jetzt meinen Druid vollgemacht, den Monk, den Hexer. Genau, der Hunter, der war bei 7,2. Heißt, dem Hunter können wir jetzt vielleicht nochmal, ja, so 2,5. Ein bisschen was will ich ja noch freilassen bei dem. Ah, das kriegen wir hin, oder? Schicken wir dem... Wie viel haben wir denn jetzt hier noch drin? Moment, jetzt muss ich mal gucken. 2 Millionen. Dann schick ich doch 2 Millionen rüber auf den Hunter, weil mit einem anderen Char muss ich, glaub ich, auch nochmal ein bisschen was loswerden. Tatsächlich machen wir das mal so. Wählen wir hier einmal den Char aus, dass wir nix verkacken. Also mein größter Albtraum wäre, mal mehrere Millionen auf irgendeinen Random-Char zu schicken und dann panisch zu versuchen, das wiederzukriegen. Man kann das nämlich, wenn man schnell genug ist, tatsächlich über einen GM zurückbeordern, aber nur so lang, bis der andere Spieler das nicht auch selber aus dem Postkasten geholt hat. Heißt, wenn der andere Spieler, ja, das nach einer halben Stunde rausholt, dann hast du gelitten. Und jeder von uns weiß, ne, der schon mal ein Ticket geschrieben hat, wie lange das teilweise dauern kann, bis man eine GM-Antwort hat. Manchmal steht da dran eine ganze Woche. Und da, ja, da geht einem der Arsch schon auf Grundeis, wenn man das so schön sagen kann. Wenn man das, also ich hab einmal schon Gold falsch geschickt, aber das ging halt, glaub ich, um 100k oder so. Ne, also jetzt schon auch Gold, ne, aber nix, wo ich jetzt sag, okay, scheiße, da ist jetzt alles verloren. Wenn ich 100k verliere, ist ärgerlich, aber das, das bringt mich jetzt nicht um meinen Schlaf tatsächlich, ja. Gut, jetzt haben wir das alles rausgeholt. Dann würde ich sagen, loggen wir mal weiter. Ich muss noch zwei andere Chars nämlich abklappern. Unter anderem hatte ich ja gesagt, dass ich noch ein bisschen was am Verkaufen bin mit meinem Nightfetchar. Der hat nämlich diese ganzen Crap-Sachen über, ähm, Transmog hat er halt noch ziemlich, also ich hab, glaub ich, so 300, 400 Transmog-Sachen, vielleicht sind es auch 500, die ich jetzt halt aus allen möglichen Expansions zusammen hab. Ich hab nicht das Zeug explizit gefarmt, um jetzt, sagen wir mal, ähm, damit Gold zu machen, aber das sind halt Sachen, die nebenbei abgefallen sind. Ich hab halt am Ende von BFA relativ viel, ähm, Zeit gehabt dann für Older Things, ne, so ein Transmog-Add-on unter anderem, ähm, Sachen zu farmen aus allen möglichen Raids, Dungeons und da ist sehr viel Zeug abgefallen, was ich halt selber nicht brauch, was ich ins Auktionshaus hauen kann. Und manches von dem Zeug ist tatsächlich viel wert, aber, das große Aber ist, das liegt halt wie Blei in den Regalen. Also, ich verkaufe manche von den Teilen, hab ich schon über ein Jahr, dass ich ständig ins Auktionshaus hau und das geht halt nicht weg. Dann geht halt pro Woche mal hier das Teil weg, dann mal ein, zwei Sachen, aber das große Gold und das schnelle Gold vor allem macht man damit nicht, da braucht man einen sehr langen Atem. Deswegen würde ich nie jemandem empfehlen, äh, aktiv Transmog zu farmen, weil das ist eine, eine brotlose Kunst, ja, da hat man vielleicht einen hohen Item-Value, wenn man da bestimmte Add-ons benutzt, wenn man irgendwo farmt, aber leider, ähm, reales Gold ist relativ gering. Aber wenn, wenn man es eh nebenbei bekommt, kann man es ins Auktionshaus schmeißen. So, ihr seht nämlich, ich hab hier, ähm, 281 Verkäufe und ihr seht, da sind, äh, eigentlich, das Allermeiste, was sie verkauft, sind halt irgendwie aktuelle Matts, ne. Mit meinen ganzen Chars, wo ich unterwegs bin, krieg ich ständig diese aktuellen Matts und, ja, die gehen halt schnell weg. Und ab und an müssten dazwischendrin noch ein paar Transmog-Sachen sein. Da, was am meisten wert ist, ihr seht, die Verstärkungsrunen, ich laufe halt, ähm, mit den Twinks LFR wegen Transmog und, ähm, Anima und da krieg ich relativ oft Verstärkungsrunen, unter anderem auch für die Missionen, die ich hier auf den, an den Tischen mach, also die bringen tatsächlich Gold. Und dieses Kleinviechzeug hier von ein paar Mattsstoffe und anderer Gedöns bringt tatsächlich auch noch ein bisschen was rein. Jetzt nehmen wir das mal raus, da sind schon mal 56.000, äh, 46.000 drin. Oh, und genau bei dem Chars muss ich dann auch noch mal was wegschicken. Da müssen wir noch mal was wegschicken, tatsächlich. Inzwischen drin müssten dann tatsächlich auch noch mal hier, was haben wir da? Okay, das sind, das sind Belge. Das sind auch noch Rune. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas, äh, Transmog-Technisches hier losgeworden sind. Windschuppen, seht ihr? Das sind aus, ich glaub, Burning Crusade sind die? Da hatte ich auch noch mal was hier übrig, ich hab mal teilweise ein paar Transmog-Sachen für mich selber gebaut. Okay, jetzt sind wir am Cap, jetzt muss ich bloß gucken, dass wir, hm, müssen wir überlegen, wie viel hat denn der Hunter noch frei gehabt, ne? Ich hab 2 Millionen rübergeschickt, ich schick jetzt mal, ich glaub, ich kann noch 500.000, kann ich noch rüber schicken. Halt, nicht 5 Millionen, 500.000, auch zu Amundila. Dann müsste ich auf jeden Fall wieder genug Platz haben, um den Rest rauszunehmen. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas Transmog-Technisches haben. Inversierte Fiolen, okay. Hier, Feuerkinrobe, das ist ein Transmog-Teil, das war, glaub ich, aus den, ähm, aus den Inselexpeditionen. Leuchtende Pigmente haben wir verkauft. Hier wieder, seht ihr, wie viel von den Runen ich hab? Also, die kriegst du so nachgeschmissen und die sind tatsächlich was wert. Hier ist nochmal 120.000 Gold drin, also da geht was. Ich glaub, das meiste Geld, oder Gold, ne, mach ich tatsächlich hier mit dem, mit dem Gammelchar hier, zum Verkaufen, mit den Runen. Also, schau mal, hier haben wir irgendeinen Federkiel, das müsste wahrscheinlich auch irgendein Transmog-Item sein. Und sonst sind's halt hauptsächlich Mats, ne, aber ihr seht, das summiert sich auch, ne, das sind auch ein paar, paar, ähm, tausend, hunderttausend Gold. Also, auch sowas lohnt sich wegzuhauen, aber wenn ich das mit Main verkaufen würde, oft kommt das hier halt auch wieder zurück, ne, und das wird einfach mal in Inventar zu verstopfen. Hier haben wir zum Beispiel auch nochmal irgendein Pad verkauft, also da geht schon was. Jetzt gucken wir mal, was wir overall eingenommen haben. Wir müssen halt, also wir haben jetzt hier minus 171.000, klar, wir haben 500k weggeschickt, also haben wir jetzt 229.000 Gold gemacht. Also ein bisschen über 200k mit dem ganzen Mist, was hab ich denn hier, irgend so ein Buch für Wiedergeburt? Ich hab keine Ahnung, was das ist. Egal. Ach, das ist was Ashran, oder? Ah, wo ich das, wo ich das genau, ah ja, genau, das ist so ein Ashran-Teil, ich wollt grad sagen. Was ist das für ein Ding? Gut, dann haben wir den Schar auch fertig, dann logge ich jetzt mal noch auf meinen Hunter um, und zwar kann ich, muss ich sowohl das Gold rausnehmen, was ich da rüber geschickt hab, dass wir die richtigen Daten haben, aber ich hab glaube ich auch mit dem Hunter, ah, das hatte ich vergessen zu sagen, ich hab das Achievement fertig gemacht, dass ich alle quasi Handwerksberufe auf Max geskillt hab und da hab ich halt jetzt, ich glaube ich hab Inji und Juve für unter 10.000 auf Max geskillt. Also ich hab nicht mal 10.000 Gold gebraucht, um beide Berufe auszumaxen und die Items, die ich hergestellt hab, um quasi das hochzuskillen, hab ich ins Auktionshaus gehauen und die hatten einen höheren Item Value als das, was ich quasi gebraucht hab zum Herstellen. Also theoretisch könnte ich sogar mit dem Hochskillen sogar noch Plus gemacht haben. Ich glaub's zwar ehrlich gesagt nicht, dass sich die verkauft haben, aber wir können mal gucken. Ja, bis wir jetzt hier eingeloggt sind... Äh, holy moly, was ist denn das? Jetzt bin ich auf den Hunter eingeloggt und ich hab 10.000 Collection-Dinger gekriegt. Okay, don't know, warum das jetzt gerade aufgeploppt ist. Vielleicht, weil ich die Questreihe geskippt hab und der hat jetzt auch alle möglichen G-Fans gekriegt. Okay, keine Ahnung, was da rumgebackt hat. Gut, hinterfragen wir das mal nicht, weil ich war ja eigentlich schon vor allem auf dem eingeloggt. Jetzt hab ich... Was hab ich denn alles an Achievements bekommen? Okay. Vor allem, ich hab das Achievement hab ich ganz sicher nicht mit dem Char gemacht. Seht ihr das? Also manchmal packte Spiele ganz schön rum. Der kann das Achievement gar nicht machen, wenn er nicht mal auf Max-Level ist. Okay, also wir hinterfragen das jetzt mal nicht. Wir interessieren uns ja jetzt nur fürs Gold und nicht für solche Bugs. Anscheinend hab ich jetzt gerade x Achievements mit dem Char abgeschlossen, die ich sicher nicht mit dem Char gemacht hab. Aber okay. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. So, wir suchen uns jetzt einen Postkasten und gucken mal. Also ich kann euch mal zeigen, ich hab jetzt hier Schattenlande-Ingenieur oben und ju, eigentlich könnte ich's auch mal nutzen, um Gold zu machen, ne? Gut, was haben wir verkauft? Äh, wir können jetzt einmal hier das rausnehmen und das hier. Und sonst haben wir noch 3.000 drin. Gut, ich hab mir schon gedacht, dass wir das Ganze nicht los werden. Aber wie gesagt, ich hab unter 10k gebraucht, um das hochzuscreen. Ich glaub 7k waren's overall. Und jetzt haben wir nochmal 3k davon schon wieder reingeholt. Beziehungsweise einen Haufen Sachen noch. Die werde ich jetzt aber auch rüber auf meinen Crap-Verkauf-Char schicken. Also auf meinen Druid, wo wir gerade waren. Dann hau ich die auch regelmäßig ins Auktionshaus, weil auf den logge ich halt nie ein, ne? Vielleicht haben wir auch deswegen grad die Achievements bekommen. I don't know. Jetzt schicken wir das Ganze rüber. Und dann muss ich mir mal überlegen, ob ich vielleicht Inji, Juve auch irgendwie nutzen kann, um noch Gold zu machen. Ich vermute nämlich, ehrlich gesagt, also Inji wahrscheinlich gar nicht. Vielleicht, ne? Vielleicht noch eher Juve, dass man so ein paar Steine noch craften kann. Muss ich mal gucken, ob es das wert ist von der Zeitnutzen-Relation tatsächlich. So, jetzt haben wir aber alles Gold rausgenommen. Jetzt gucken wir mal den Endstand an. Wir sind jetzt hier bei 43.296. Das können wir nämlich jetzt beides einmal in meine Tabelle eintragen. Also 43.296. Und bei meinem anderen Char, switchen wir mal kurz hier rüber. Was sagt da das Ding? Das sagt hier 10.228.000. Dann sind wir jetzt bei insgesamt 53.524.000. Also das sind hier immer in Tausender gerechnet, dass wir nicht so viele Nullen haben. Dementsprechend haben wir 3,1, fast 3,2 Millionen plus gemacht. Weil mehr als letzte Woche. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte jetzt eigentlich, dass es immer weiter runter geht, ne? Mit jeder Woche, dass ich jede Woche weniger mache. Das war jetzt sogar halbwegs erfolgreich, muss ich sagen. Nicht schlecht. Nochmal 3 Millionen plus. Jetzt kann ich dann echt mal ein bisschen was auf den Putz hauen. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig mit Investitionen im Moment, ne? Will jetzt am liebsten gar nichts ausgeben, um erstmal noch ein bisschen höher zu kommen mit dem Gold. Aber eventuell können wir uns jetzt mal wieder was Teuereres leisten, würde ich sagen. Gut. Damit wären wir dann tatsächlich wieder mit der Runde am Ende. Wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr gerne wieder in zwei Wochen reinschalten. Da werden wir dann schauen, was wir dann wieder rausziehen. Vielleicht haben wir dann wieder ein paar Millionen mehr. Und ja. Damit verabschiede ich mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.